Hey, vielen Dank. Was für eine Begrüßung. Bereit für eine Schlafzimmer-Makeover-Challenge? Das ist anspruchsvoll. Ist doch mein erster Tag. Stell bitte sicher, dass du mich gut darstellst. Okay, das ist mir etwas zu nahe. Okay, werfen wir einen Blick auf unsere glücklichen Teilnehmer. Ich heiße Mia und ich bin ein Einhorn. Ich liebe magische Dinge und Regenbogen. Die sind einfach so hübsch. Ich heiße Sky und ich bin eine Meerjungfrau. Nun eigentlich eine Prinzessin. Wow, interessant. Lernen wir sie ein bisschen besser kennen. Hä? Was ist hier los? Mädels, schaut euch das an. Willkommen in eurem neuen Schlafzimmer. Oh, mal was ganz anderes. Okay, los. Fang. Ich lege es hier hin. Das könnte helfen. Oh, danke. Ich liebe dieses Blau. Ah, schon besser. Wow. Bereit, Leo? Äh, Jungs. Schaut euch dieses Chaos an. Brauchen wir hier einen Arzt? Ich habe eine bessere Idee. Wow. Hey, das ist cool. Ich weiß. So bequem. Hallo? Oh, hey. Ich habe Hunger. Ich brauche einen Snack. Echt jetzt? Der Wal hat Wachs? Was war das? Hm, das werde ich mir schmecken lassen. Her damit. Komm schon, gib her. Oh, aber die gehören mir. Na gut. So lecker. Gib mir mehr. Komm schon. Teil mit mir. Muss ich. Ich wusste, dass das so kommt. Hier, noch eins. Hast du keine eigenen Süßigkeiten? Warum? Ich kann doch deine essen. Aber das ist nicht nett. Sie ist so gierig. Das reicht. Du hattest genug. Nein, ich habe immer noch Hunger. Bitte. Nein, sorry. Ich muss doch irgendwas tun können. Moment. Ich habe eine Idee. Dieser Holzkopf ist genau das Richtige. Ich kann ihn nutzen, um an die Süßigkeiten zu kommen. Und ich muss dafür nicht mal aufstehen. Ich wickle das Seil um den Griff. Genau so. Und jetzt kann ich den Korb zu mir runterlassen. Moment. Ich brauche was, wo ich ihn aufhänge. Ah, der Kleiderständer. Perfekt. Er agiert als Zugsystem. Und runter damit. Vorsichtig. Sorry. Ich schlafe. Oh ja. Wen kümmert's? Ich habe diesen Greifer. Ha. Geschnappt. Das perfekte Verbrechen. Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich auch. Und rein damit. Das sollte reichen. Haha. Alles mein. Das habe ich mir aber verdient. Mh. Ich liebe Süßes. Hä? Wo sind meine Süßigkeiten hin? Alles weg. Sky hat es geklaut. Nun. Ich habe dich gebeten zu teilen. Hm. Ich bin mal nicht so. Hier hast du was. Das soll alles sein? Naja. Immerhin etwas. Ich werde es trotzdem essen. Hm. Oh. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Das ist eine gute Idee. Ah. Ah. So hübsch. Ich liebe diesen Lippenstift. Ein bisschen noch. Das sollte reichen. Ich trage besser auch Mascara auf. Oh. Ich hasse diesen Teil. Letztes Mal bin ich verrutscht. Und ich musste eine Woche lang eine Augenbinde tragen. Mal sehen, wie ich aussehe. Hä? Bin ich das? Was ist passiert? Okay. Es gibt nur eine Lösung. Das muss alles runter. Mit meinen Einhörnern zu spielen, macht sonst immer so viel Spaß. Aber heute nicht. Oh. Ich weiß. Hey Sky. Hä? Was ist los? Alles okay? Äh. Warte. Ich glaube, den kannst du brauchen. Hast du keinen hübscheren Spiegel? Ich hab nur den hier. Na toll. Schätzt du, der muss ausreichen? Oh, ich weiß. Ich kann ihn mit Muscheln dekorieren. Fangen wir an. Ich lege den Spiegel auf eine flache Oberfläche. Und trage Kleber auf dem Rahmen auf. Dann drücke ich die Muscheln an. Ich platziere die Muscheln einmal um den kompletten Spiegel. Das wird toll aussehen. Fast fertig. Die letzte Muschel. Wow. Erinnert mich an Zuhause. Oh. Wow. Kannst du auch einen für mich machen? Was? Schau mich an. Ich hab viel zu tun. Oh. Wofür eigentlich? Mr. Einhorn ist so flauschig und weich. Äh. Mia? Bekomme ich auch eine Umarmung? Hm. Okay. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Wow. Wow. Du hast recht. Es ist so weich. Mia? Alles okay? Wuhu. Ich hoffe, diese Zeit wird nie enden. Du vervollständigst mich, Mr. Einhorn. Ich will nie wieder ohne dich sein. Wow. Was für wunderbare Erinnerungen. Was hast du getan? Ich glaub, ich hab ihn zu fest umarmt. Warum? Er war so jung. Schon okay. Ich bring das in Ordnung. Zuerst skizziere ich die Form eines Einhornkopfes auf Pappe. Dann schneide ich es aus. Nun gebe ich Kleber auf die Pappe und drücke die Füllung an. Als nächstes lege ich die Pappe auf diesen Stoff. Für den nächsten Teil brauche ich einen Stift. Ich zeichne die Umrandung der Pappe auf den Stoff. Nun schneide ich es aus. Ich drehe die Pappe um und gebe mehr Kleber auf die Rückseite. Ich falte den Stoff auf den Kleber. Und wenn ich fertig bin, kommt die Mehle dran. Diese Wolle ist perfekt dafür. Ich werde unterschiedliche Farben verwenden. Als nächstes bedecke ich die Rückseite mit mehr Stoff. Aber ich bin noch nicht fertig. Jedes Einhorn braucht ein Horn. Ich werde es aus diesem Glitzerpapier fertigen. Und es ausstopfen. Ich drücke das Ende zusammen. Und klebe es auf den Kopf. Das ist echt entspannend. Ich klebe den Zopf auf den Kopf. Ich wünschte, ich hätte auch solche Wimpern. Durch das Make-up bekommt unser Einhorn rosige Wangen. Was für ein hübsches Einhorn. Schau, was ich habe. Lass mich mal sehen. Wie findest du es? Es ist nicht mehr das Einhorn. Aber ich mag es. Danke. Äh, mir? Nein, niemals, Sky. Mir. Die Schleife fehlt noch. Oh, so rübsch. Vielleicht kann ich... Nein, Hände weg. Wie unhöflich. Mh, diese Algen sehen lecker aus. Yummy. Wow, die Sonne blendet total. Ich muss mich schützen. Hm, ich habe eine Idee. Ich kann Schatten kreieren. Ich hänge einfach diese Bänder um dieses Seil. Ich habe echt Hunger. Oh, bunte Nudeln. Genau, was ich brauche. Etwas zäh, aber schon okay. Das wird das Licht abhalten. Hä? Ich dachte, ich hatte mehr. Seltsam. Was ist denn da unten los? Hä? Ups. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Moment mal. Ich könnte Mia hiermit ablenken. Oh, ein Ball. Komm zurück, Ball. Hm. Ich wünschte, das wäre mir früher eingefallen. Wow, sie mag den Ball echt gern. Das ist meine Chance. Ich muss schnell sein. Das wird funktionieren. Ich weiß es. Sie ist noch beschäftigt. Gut. Uh, das war lustig. Fast fertig. Hm, das sieht cool aus. Nein. Hör sofort auf. Oh, wenigstens habe ich noch meinen Ball. Manche Leute. Ha, jetzt bekomme ich meinen verdienten Schlaf. Ah, so friedvoll. Was für ein entspannter Tag. Ich vermisse das Meer. Meer? Hast du auch Heimweh? Ja, die ganze Zeit. Vielleicht kann ich etwas machen, das Meer an zu Hause erinnert. Ich brauche diese Wolle. Und sie muss schön bunt sein. So. Es ist ein Regenbogen. Mia wird es lieben. Wow. Ist das für mich? Das ist perfekt. Das macht mich echt glücklich. Ich mache besser auch was für Sky. Ich habe diesen kleinen Einhorn-Squishy. Den kann ich benutzen. Ich muss Wasser in das Einhorn spritzen. Oh, sieht aus wie ein Kugelfisch. So süß. Sky, das ist für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow. Das erinnert mich an einen alten Schulfreund. Hm, Zeit, Sky einen Streich zu spielen. Äh. Ernsthaft? Ups. Das war echt lustig. Ah, mein toller Regenbogen. Ach, das hätte ich doch wissen müssen. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Äh, Hilfe. Die Dinge sind hier etwas außer Kontrolle geraten. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für weitere lustige Videos wie dieses. Ich hoffe, es ist das auch stellar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.